Hallo, hier ist Yaguzoa. Ich habe gerade richtig Mist gemacht. Ich habe gerade einen übelst geilen Gangfight gehabt, habe ihn gewonnen und bin so am erzählen, oh ja hier, cool, 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 gucke neben mich und denke mir, scheiße, du solltest Traps mal anmachen. Schönes Ding. Hier war dieser Gangfight. Ähm, 2 zu 15 habe ich ihn gewonnen. Das war ziemlich geil. Aber egal. Ist jetzt nur erst die dritte Aufnahme, beziehungsweise die zweite, die verkackt war. Und jetzt der dritte Versuch, aber das passt schon. Ich hätte gerne nochmal so ein Gangfight. Kann man das irgendwie hervorrufen? Also geht sowas? Dass man sagt, hier, äh, ich muss mich da und dahin bewegen und dann habe ich da so ein Gangfight? Das wäre richtig geil. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Das ist aber, glaube ich, Deathmatch. Hm, nee, das mag ich nicht. Das ist ein bisschen, also dieses Gangfight, das ist einfacher, auf jeden Fall. Das macht mehr Laune. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wäre halt wirklich, äh, super interessant, wenn, wenn ihr mir das mal sagen könntet. Ob das, ja, hier, Guzua, kannst. Ähm, ob man diesen Gangfight irgendwie herausfordern kann. Das wäre ziemlich geil. Was haben wir denn hier? Haben wir hier ein paar Leute, die Stress wollen? Ah, nee, ihr wollt nur Azumbus. Okay, nee, das kann ich verstehen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt ist gut. Gib mir die Kohle. Give me that money! Nee, nachschlagen, der wird nicht hier. Wir sind ganz... Ja, jetzt kommen die Bullen. Wir hauen natürlich ab. Wir haben keinen Bock auf Bullen. Keinen Bock auf Stress. Schnell abbauen und dann passt das. Oh, schade. Wirklich so schade, dass der Gangfight nicht dabei war. Aber so ist es halt... Die schönsten Sachen macht man alleine. So sieht's aus. Hier, komm, hier, komm. Da ist er. Und hinterher. Komm, den einen nehmen wir noch mit. So, aussteigen. Bullen sind jetzt eh nicht mehr hinter mir. Ich weiß, jetzt gibt's natürlich wieder Stress mit dem Bullen. Oh, Alter, übelst über ihn rüber gedrivet, Alter. Übler Shit. Ja, wie gesagt, abhauen erstmal. Alter, die sind alle so schnell, die Autos. Ich meine, ihr sagt euch auch, hier, dann nimm nochmal den... ...Zentorno oder was auch immer. Dann sitzt man ein richtig schnelles Auto. Aber ich finde, selbst der ist schon schnell. Der sieht aus wie, äh, ein alter Nissan Skyline. Mit den, mit den, äh, Rückspiegeln. So, jetzt jumpen wir mal hier hoch. Und yay, läuft bei mir. Ah, ich will nicht wieder total in der Pampa sitzen, wo man dann wieder zurückfahren darf. Oder laufen darf. Aber erstmal ein bisschen Bullen... Ja, genau. Bullen losen und schön hinter der Ecke sind sie. Die, uns liegen Säcke. Schön, Wut, 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 Wut. Na, wann werde ich nämlich meinen Sternen los? Jetzt. Sehr cooles Ding. Auto ist auch fast nicht kaputt gegangen. Oh, ich... Ah, das Auto ist auch geil. Der, der, der Jeep. Ja, cool aus. Ah, egal. Weiter geht's. Ich weiß nicht. 2000 Cash, gemakert. Ah, knapp. Ich dachte, ich komme noch so schön vorbei. Ah, da war doch... War da nicht irgendwie... War das nicht so ein Special-Ding? Oh, mein Auto sieht schon ein bisschen kaputt aus. Was, nicht hier so ein Special-Jump oder so? Den man hier ausführen konnte? Egal. So. Schauen wir uns hier mal kurz um. Sind hier irgendwelche... Säcke, die mal richtig aufs Maul wollen? Hallo. Wer bist du? Ja, genau, okay. So, gibst du mir vielleicht Geld? Hallo? Gibst du mir Geld? Gibst du mir bitte Geld? Okay, dann halt nicht. Ja, genau. Ich müsste erst mal die Schrot laden. Laden. Okay. Oh, nein. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen zu OP. Nee. Ja, ist es. So. Zucken wir uns mal in ein Jeep hier. Kann das sein, dass daneben mir ein Bulle steht links? Nee, der hat nichts gesehen. Ach, der war tight. War ein schwarzer Bruder. Den lassen wir auch in Ruhe. Ist vollkommen in Ordnung. In den Baustellen sind da auch ohne Ende diese Jumps verbaut, oder? Wo man irgendwo langjumpen kann. Alter, das kommt mir so übelst schnell vor. Bei Clash of Clans geht das immer ein bisschen langsamer. Bam! Genau so macht man das. Aber genau. Get fucked, genau. Ja, genau. Hier. Hier, aber hier brauche ich dann eine schnellere Kiste. Hier brauche ich dann eine schnellere Kiste. Hier, meine Mitbewohnerin schreibt mir gerade, am 14.09. kommt der Techniker. Also, werde ich den natürlich schalten. Vorher schon. Aber... Dann ist das ja schon mal ein Wort. Wegen DSL. Also, habe ich offiziell zwei Wochen lang kein Internet. Ich hoffe mal, wie gesagt, das war das ein bisschen... ...verkürzen können dann. Klappe. Ich meine, die Judo ist jetzt nur auch nicht wirklich schnell. Aber ich glaube, schneller als mein Jeep auf jeden Fall. Ich kann es noch nicht ganz anvisieren. Oh, warum? Oh, ich habe schon mal einen geschafft. Okay, cool. Ich probiere es nochmal. Wenn man jetzt ungefähr weiß, wo man da hin muss, dann... So, los geht's. Wurde ich gerade geblitzt? Sah so aus. Okay. Nee, also, das wird nichts mit mir. So ein guter Fahrer bin ich denn doch nicht. Na komm, gehen wir mal ran. Hey, it's your friend Simeon. You forget about me. Come, call me when you need something. Ja, ja. Gibt es hier eventuell ein Boot? Was ich noch so ein bisschen... Nein, bitte nicht. Ah, das ist immer wieder... Das ist immer wieder dieses... Also, ich habe irgendwie am meisten Angst, irgendwie ins Wasser zu kommen und dann wieder nicht hoch zu kommen. Oh, übel. Ich küsse es sich auch ganz nett aus. Hi. Wie geht's dir? Cooles Auto. Uff. Okay, so kann man es halt auch machen, oder? Oh, die ist auch gut schnell. Alter. Warte mal auf. Da, was ist mit dem... Da sehe ich gerade diesen... Diesen Koffer. Ist da... Was ist mit dem Koffer? Das würde ich gerne sehen. Lasst es uns rausfinden, was mit dem Koffer los ist. Ich packe meinen Koffer und darin baue ich eine Zeitbombe ein. Aussteigen. Eigentlich bin ich ausgestiegen. Ja, genau. Was war denn das? Was war... Irgendwie war das doch. Ich... Leertaste doppelt drücken oder sowas. Shift. Ich... Ich... Ich weiß es echt nicht. Ich... Ich gehe wieder kaputt. Ich... Ich bin zu blöd dafür, echt. Irgendwas sollte man doppelt drücken, glaube ich. So, jetzt will ich aber gucken, was in diesem komischen Koffer drin ist. Nun, komm. Oh, kannst du da nicht mal rüber springen? Komm, nehmen wir uns diesen R8-Verschnitt hier. Na, eher ein TT. Oder? Gucken wir mal. Na doch, ja doch, das ist ein R8. Ja. Also, hier kann man das... Warte mal. Na, da hat sich das Auto ja auch nicht gelohnt. So, soll ich hier runter gehen oder was? Ja, bestimmt. Fahren wir mal mit dem Auto rein. Mal gucken, ob das geht. Dann kann ich da bestimmt irgendwie was abholen. Also, abholen. Super. Okay. Finde ich zu blöd für. Vielleicht oben auf dem Dach. Könnte auch sein. Aber ich denke mal, das wird unten... Ah, guckt mal hier. Tatatata. Hier haben wir was. Hier haben wir was. Und was ist das? Capture. Capture the flag. Capture the handy. The mobile. Ja, 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 ja. Na, Lichtle ist... Garantiert... Ey, ist der echt am Zogeln, Alter? Das gibt es nicht, ey. Und der sagt mir nichts Bescheid, Alter. Kleinen Moment. Ich muss da mal kurz eine Info an ihn rausgeben. Wartet kurz. Lichtle, du alter, sagst du, spielst du GTA ohne mir Bescheid zu sagen oder was? So, hier erst mal WhatsApp geballert. Nee. Das muss ich erst mal mit ihm klären. Ähm. Ja. Das... Ich guck mal, wenn noch was cooles ist, dann... Mach ich das noch, aber ansonsten soll es das auch für die Folge gewesen sein. Ich will es auch nicht... Ja, 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 genau. Gib mir mal bitte dein Handy. Let me take a selfie. Wo ist dein Handy? Drück dein Handy ra... Oh. Alter. Wie bitte? Alter, das ist echt ein bisschen krass. Habt ihr jetzt nicht gesehen? Das fand ich echt ein bisschen übel. So. Nichtsdestotrotz renne ich hier nur mal kurz rüber. Ah, ja, komm, eine Runde Moped fahren. Doch, eine Runde Moped fahren ist noch drin. Und dann war es das aber auch. Ich sehe da wieder... Wenn mal wieder diese... Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Hm. Aber hat man... Das ist eh keinen richtigen Helm, ihr habt. Ich guck mal. Ja, hier klappt es auch mit dem Controller. So ein bisschen eine Wheelie zu machen. Passt. Hier könnten wir den Sprung noch mal schaffen. Wo ist denn der? Also mit so einem Moped kriegt man das ja locker hin. Ach, hier ist ein Rennen. Oh, ja. Ja, komm, Koffeinschub. Egal. Komm, mach mal. Limousin, ja, ist okay. Alles gut. Schnellstart. Hallo, ist aktuell der Sitzung. Ja. Ja. Ja, die haben heute alle keinen Bock. Schade. Ja, dann ist es halt so. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, eine Runde. Und wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich denke mal, nächstes Mal werde ich wieder mit jemandem zusammenspielen. Aber, ja, mal schauen, wie das halt läuft. Alter, aber einmal möchte ich noch. So. Dass das mal klar ist hier, ja? Nur, dass das mal klar ist, was hier Phase ist. Legt euch nicht mit dem Guso an. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.